Ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno1800. Wir haben in der letzten Folge aufgehört und haben in der letzten Folge unsere Holzindustrie ein wenig angekurbelt. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens ein bisschen die Grafik runtergestellt, denn ja wie gesagt, es gab ja in der letzten Folge ein paar Problemchen damit. Es sollte jetzt glaube ich gehen. Ich habe ein paar Sachen geändert. Unter anderem zum Beispiel die Schattenqualität und die Sichtweite und alles. Aber es sieht ja eigentlich noch ganz gut aus, würde ich einfach mal behaupten. Ansonsten, was ist unsere heutige Mission? So und ich habe absolut keinen blassen Schimmer und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sieht es mit dem Holz aus? 52, wir haben 73 Sachen im Kontor plus dem Lagerhaus, denn das haben wir ja errichtet und darin sollte sich auf jeden Fall einiges lagern lassen können. Wie gesagt, ich würde gerne wissen, was die nächste Mission wäre. Ich habe hier auf jeden Fall ein paar Benachrichtigungen, das ist aber nur Spiel gespeichert. Ah ja genau, 50 Bauern brauchten wir, so war das, ne? Frage ist jetzt nur, warum ziehen die nicht in die Häuser rein, die schon existieren? Was, wie sieht es, warum, die Bedürfnisse? Ah, die brauchen einen neuen Markt. Ja, dann sollen sie den bekommen, ne? Aber warum, warum sieht der nur gleich aus? Hm, ich werde auf jeden Fall einen zweiten bauen, weil wenn die danach fragen, dann sollen sie einen bekommen. Das ist schon okay. Den können wir direkt hier und machen, ne? Mach ich direkt daneben. Weißt du, die fragen danach, dann können sie auch damit leben, dass es direkt neben denen ist. So. Jetzt sollten die Bedürfnisse eigentlich, ähm, nicht mehr so weit unten sind, sitzen. Ich weiß nicht ganz, kann man die, äh, das Optische von dem Markt ein bisschen ändern, denn ich möchte ein bisschen, dass er sich unterscheidet. Ja, machen wir einen Weihnachtsmarkt hier hin. Passt zwar nicht ganz zur Jahreszeit, ich meine, wir haben es noch ein bisschen kälter, ne? Aber, ich möchte zumindest, dass es einen leichten optischen Unterschied gibt bei dem Ganzen. Und nun sind ja eigentlich die Bedürfnisse geklärt und damit sollten normalerweise ja neue Leute zuziehen können. Wir sind immer noch bei 45, das ist natürlich ein Problem, aber, naja. Das hier müssten wir auch mal bald abreißen, ne? Sie brauchen mehr Bürger, bevor sie diese Ruinen abreißen können. Einer ist auf jeden Fall schon mal zugezogen, das freut mich auf jeden Fall. Warte mal, kann ich mich da unten mal kurz reinsetzen? Warte mal, ich will mir den mal angucken von nah. Das ist auch eine Tastenkombination, die man dafür drücken muss. Oh! Easter Egg found? What? Stand da oben in der Ecke kurz. Warum bist du aber Blackscreen jetzt, hä? Hä? Was habe ich da für ein Easter Egg gefunden? Was? Achso, ich kann mich hier umgucken und ich sehe... Nichts. Aber, warte, doch. Ha, naja, aber nicht sehr viel. Na gut, ich gehe mal wieder in die andere Perspektive hinein. Wenn ich das denn kann. Okay. Was auch immer das gerade war. Das war sehr komisch. Ich wollte mir eigentlich nur den Weihnachtsmarkt angucken. Okay. Schlendern wir da mal kurz rüber. Oh! Sogar der Nikolaus ist da. Das sieht echt cool aus. Ich mag das Feature immer noch. Frohe Weihnachten. Ja, wie gesagt, das passt jetzt nicht ganz so. Oh, wie riesig sind denn die Möwen da hinten. Aber ich muss schon zugeben, es sieht echt schön aus. Ich mag es. Ich meine, ich bin ja... Ja, selten in der Weihnachtsstimmung. Aber das muss ich sagen, mache ich... Oh, eine Katze! Süß. Und ein Hundi. Okay. Gehe ich mal wieder in die Außenperspektive. Und wir sind bei 48 Bürgern. Das heißt, es geht ein wenig voran. 50 ist ja nun mal das Ziel. Übrigens, damit ich es direkt schon mal erwähne, falls in den nächsten Folgen und in der heutigen, das habe ich bei Sonority auch schon erwähnt, der Klang meines Mikrofones ein wenig halliger klingen sollte, dann liegt das daran, ich kann es ja hier auch nochmal erwähnen, ich mache dazu aber nochmal ein extra Video, ich befinde mich derzeitig im Umzug und ja, hier sind halt nicht mehr allzu viele Möbel in diesem Zimmer drin und deswegen kann es halt durchaus mal sein, das ist ein bisschen Halt. Ich habe jetzt schon ein paar Decken hinter mich gepackt, damit es nicht zu doll ist und mein Mikro sollte das normalerweise auch ganz gut handeln können. Aber ja. Ein weiterer Tag, sich darüber zu freuen, kein dynamisches Mikrofon zu haben, weil sonst wäre es das gewesen. Dann könntet ihr mich vor lauter Hall nicht mehr verstehen. 49! Yo, nur noch ein einziger! Wer ist der? Wer ist der Glückliche, der hier zuziehen darf? Hä? Wer wird es sein? Warum bewegt sich hier keiner mehr? Was ist hier los? Sollte hier was passieren gleich? Hä? Ah, Spiel angehalten, okay. Komisch. Habe ich aus Versehen irgendeine Tasse gedrückt wahrscheinlich. Ja, ich muss halt mit noch ein bisschen mehr klarkommen. Das ist mir schon bewusst. Ich sollte mir auch langsamer angewöhnen, einfach die Maus zum, äh, umschauen zu nutzen. Warte mal, wie mache ich das immer? Ne, warte mal. Äh. Warte mal, wie habe ich mich denn jetzt umgeschaut? Achso, mit mittlerer Maustaste, stimmt. Ja, ich kann es mir mal angewöhnen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Was ist das oben hier eigentlich für eine... Ich finde übrigens unseren Namen immer noch sehr gut. Land Liederfuß gefällt mir sehr. Äh, Einfluss. Ihre aktuelle Profilstufe unter Berücksichtigung der gesamten Bevölkerung ihres Imperiums. Je höher die Stufe, desto mehr Einfluss haben sie. Verstehe. Haben wir denn genug Platz überhaupt? Ich meine, da leben überall fünf drin. Vielleicht müsste ich auch nochmal eine kleine Hütte hier hinbauen. Sieht ganz danach aus, ne? Ne, hinten könnte noch einer einziehen. Komm. Das kann ja wohl mal ruhig einer machen. Ich wäre jetzt nicht extra noch eine Hütte deswegen bauen dort. Aber es sieht vielleicht danach aus, als müsste ich das tun, ne? Vielleicht stinkt es ja bei denen auf dem Hof und deswegen möchte der da nicht einziehen. Ich verstehe das. Äh, ich mache mal hier... Oh Gott, oh Gott. Das ist eh schon alles sehr unschön bisher. Ich mache mal diesen Zwischenweg. Den kann ich doch bestimmt wegreißen. Der ist nicht wichtig, oder? Den mache ich mal weg. Es sind immer noch 49. Okay, dann zieht da auch keiner zu. Und dann werde ich mal einen Weg von hier aus... Ähm... Ja, gute Frage. Wie mache ich denn das jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen nach hinten erweitern. Und da direkt mal nebenan einfach schon direkt nochmal ein Bauernhaus hinsetzen. Ja, mit zwei Abstand kann man das, denke ich, machen, ne? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Entfernen Sie, ähm... Wohnviertel, Ruin, 0 von 1. Wir haben übrigens 50 Bürger jetzt. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns darum, ne? Objekte auswählen. Oh, die Leute sind ja schon ordentlich am Schuften. Auch wenn die da gefühlt nur rumstehen und miteinander labern, ne? Aber na gut, das soll man machen. Okay, Brette aufnehmen. Ja, 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 okay, eine Fischerei bauen. Yo, neue, ähm, Gebäude, das gefällt mir. Was sind das hier? Bergen. Das können wir erst mal haben, wenn wir die Fischerei gebaut haben, wahrscheinlich, ne? Uiuiui. Sieht ein bisschen größer aus. Bauen wir, ähm, bauen wir das auf der Seite oder auf der? Ich würde es tatsächlich eher auf der Seite haben wollen. Hafenbereich erforderlich? Wie? Achso, da vorne muss das hin. Joa, das ist ja kein Problem. Um die paar Meter kommt es jetzt auch nicht mehr an. So, und ihr könnt bitte mal kurz diesen Schrott schon mal bergen, denn, äh, das wäre wohl sehr vorteilhaft. Könnt ihr das machen? Oder wie sieht es aus? Den hier, den Schrott, ihr sollt den bergen. Okay, na gut. Alle Produktionsgebäude müssen mit einem Lagerhaus oder dem nächsten Gebäude in ihrer Produktionskette verbunden sein. Sorgen sie dafür, dass sie nahe genug beieinander sind. Wie sind sie eigentlich, ne? Also, die können das halt erstmal im Kontor zumindest lagern und dann, genau. Kein Lagerhaus. Achso, ich muss noch eine Straße da lang bauen. Genau. So, und jetzt. Hallo? Hallo? Eine Straße, bitte. Jetzt. So, schon besser. Jetzt bergt ihr bitte ein paar Teile, denn das wäre nicht schlecht. Inzwischen haben wir 52 von 100 Bauern. Das ist gut. Holzindustrie läuft eigentlich auch ganz gut, ne? Wir haben eigentlich... Wir produzieren gute Bretter. Sehr schön. Das gefällt mir. Warum auch immer die Teile hier nicht bergen? Das ist gerade, äh, ein bisschen komisch. Kann ich das, äh, Schiff vielleicht anklicken? Also, ich kann die Fischerei separat anklicken, aber nicht das Schiff. Hm. Na gut, dann sind die halt nur am Fischen. Ist auch okay. Sollen sie das erstmal tun. Damit bin ich einverstanden. Ich mein, das ist... Das sieht doch okay aus bisher. Es ist halt leider wirklich ein bisschen unsymmetrisch. Und es sieht dadurch ein bisschen... Naja, ein bisschen komisch aus. Bei wenigstens habe ich den Weg hier eingehalten. Da kann auch was draus werden. Bin auch sehr gespannt, wie unsere Gebäude später aussehen werden, wenn man die, sag ich mal, upgradet. Weil bisher sind das ja wirklich nur so kleine Steinhütten. Das ist ja noch nicht viel. 98 Prozent. Okay. Schon Fische im Lager? Ne, null. Bekommen wir denn jetzt welche, wenn es auf 100 Prozent ist? Dann gibt es endlich mal ein bisschen was zu essen, ne? Ich mein, das ist natürlich der Vorteil, wenn eine Stadt an... Naja, zumindest an einem... Das sieht nicht aus nach einem Meer, oder doch? Ja doch, wir sind hier ja auch rüber übers Meer. Naja, auf jeden Fall, dass es tief genuges Wasser für Fische gibt. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Gerade für so ein kleines Dörfchen ist das natürlich eine unendliche Essensquelle. Was ist hier los? Volles Lager. Ne, ehrlich? Ah ja, 75. Sollten wir ein neues bauen? Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, ne? Das werde ich einfach mal direkt daneben packen. Oder dahinter. Können Sie hier ein packen, theoretisch, ne? Dann ist das auch direkt an der Straße angebaut. Das ist an sich nicht schlecht. Machen wir das. Kostet ein bisschen Moneten, aber hey, was soll man machen, ne? Was soll man schon machen? Okay. Komisch, aber die Teile hier bergen die halt wirklich nicht. Warum nicht? Hm. Zielort. Ja, das ist richtig. Ich meine, drei Fische reichen, glaube ich, noch nicht für... 75 haben wir schon? Boah, da guckt man kurz mal nicht hin und man hat ein volles Dorf. Ich glaube, alle Häuser sind schon belegt, ne? Ja, fehlende Waren. Ist doch egal. Gleich, gleich kommen die. Pass auf. Gleich gibt's Essen. Muss nur ausgeliefert werden. Ist schon okay. Ah, okay. Also ich baue mal noch keine weiteren Häuser, weil die wahrscheinlich erst zuziehen werden, wenn genug Essen am Start ist. Wir könnten eigentlich auch eine zweite Fischerei bauen, ne? Ganz ehrlich, so langsam, wie das hier vor sich hingeht. Können wir da direkt noch eine zweite hinbauen. Ist das schlau, die direkt nebeneinander zu packen? Die fischen sich ja sonst gegenseitig die Sachen weg, ne? Ich baue mal auf der anderen Seite noch eine. Ist jetzt nicht das Hübscheste? Wahrscheinlich hätte ich das hier auch am besten noch anschließen sollen an, an, ähm... Ja, an, an, an den Hafenpunkt hier. Aber na gut. Was soll man machen? Hauptsache die haben Wege zum Lagerhaus. Und so lange können die das halt ins Kontor auf jeden Fall mit reinpacken. Ich denke, da gibt's doch keine Probleme soweit. Hier ist ja außerdem auch noch ein neues Lager. Das ist zwar ein bisschen, ne, es ist ein bisschen weiter weg. Wahrscheinlich sollten wir hier vorne auch noch eins aufschlagen, aber na gut. Haben die immer noch einen Mangel? Ne, das sieht gut aus, ne? Sehr schön. Läuft doch! Nachdem ich so enttäuscht war in der ersten Folge, dass ich so versagt habe, bin ich doch jetzt eigentlich ganz froh mit meiner Leistung derzeitig. Wir bauen hier mal ein Bauernhaus hin. Wir müssen jetzt ein bisschen enger bauen. Wir haben nicht mehr so viel Platz. Es fängt langsam an. Jetzt bekommt jeder wieder nur zwei Quadratmeter Wohnungsfläche. Aber trotzdem teuer. Wir machen die Berlin-Logik. Mir leid. Tiefer geh ich nicht. Wie tiefer geh ich nicht? Achso. Rauf aus dem Meer, oder was? Auf was waren das bezogen? Hm, naja. Ist auch egal. Schaut ihn... Schaut ihn euch an, wie der Hund da unten rennt. Und ich mag wirklich die kleinen Details. Wer mein City Skyline Let's Play gesehen hat, die beiden Staffeln, der weiß ganz genau, wie detailverliebt ich bin. Und sowas lässt mein Herz ein weiteres Mal erblühen. Das finde ich immer sehr schön. Auch die mit ihren Angelrouten. Können wir da mal kurz hin? Ich will mir mal den Hafen ganz genau angucken. Da möchte ich kurz platziert werden. Ui. Das kommt einem alles immer viel größer vor, wenn man dann... Wenn man dann davor steht, ist es doch gar nicht so groß. Uiuiui. Hoffentlich werde ich nicht überfahren von einem Pferd. Na gut. Kann auch übrigens sprinten. Ist gut. Okay, weiter als das kommt man nicht. Schade. Ich hätte mir gerne angeguckt, wie es vom Steg aus aussieht. Mal auch einen schönen Ausblick auf die Berge, ne? Das ist schon cool. Ja, und die Personen sehen natürlich nicht sehr detailliert aus. Das ist mir schon klar. Aber man muss auch immer berücksichtigen, das Spiel ist von 2019. Das klingt ja zwar noch nicht so alt, aber das wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Also, falls ihr euch jetzt alt fühlt, fühlt, dann, äh, same. Ich, ich tue das auch. Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Dass die mal mit einem reden. Ja, gut. Ähm, Ziel ist jetzt 100 Einwohner zu haben, denke ich mal. Wir haben 89, das klingt erstmal ganz gut. Aufgabenbuch, genau. Das heißt, vielleicht gleich nochmal ein kleines Häuschen bauen. Wir haben aber schon wieder einen Warenmangel. Liegt das daran, dass wir doch noch, noch eine Fischerei brauchen? Das wäre ja krass. Also, wenn wir noch eine brauchen, huiuiui, dann wird das hier aber ein ganz schön... Ich meine, gut, ne? Wozu sonst sollte ich die Fläche hier vorne nutzen, ne? Das bietet sich ja nun mal an für Fischereien. Okay, aber derzeitig ist dann doch kein Mangel mehr. Okay. Ich werde nur eins bauen, wenn wirklich lange Zeit ein Mangel herrscht. Schon wieder ein volles Lager? Nee. Oh, nee. Warte mal, das sind doch beide. Die sollten doch zusammengerechnet nicht, äh, 75 haben, sondern, ähm, 150 oder nicht? Warum ist denn hier ein volles Lager? Was ist das denn? Oh, da haben wir keinen Lieferanten, der da hinführt. Warte mal. Bauen uns hier mal so eine kleine Abkürzung. Vielleicht war es ja das Einzige, was benötigt wurde. Man sieht hier auch Gott sei Dank die Strecken, das ist gut, aber, ähm, hier ist irgendwie keiner eingetragen, das ist komisch. Hier schon, hier auch, aber hier vorne nicht. Ha. Der ist auch gerade einfach am Schlafen hier vorne. Naja, die werden das schon geregelt bekommen. Ich glaube, ein volles Lager ist jetzt nicht das größte Problem, was man haben kann, oder? 91 Einwohner übrigens. Okay, es sieht ganz so aus, als wenn sich in diesen ganzen Gebäuden auch hauptsächlich immer nur bis zu acht Leute niedersiedeln. Also es geht nicht über die acht rüber. Sobald die ganzen Häuser auf acht sind, baue ich noch eins. Oder beziehungsweise, man baut ja nicht nur eins, man baut ja so eine kleine Siedlung eher. Schade, dass man immer nur so ein bisschen leise hat, was die unten da labern, wenn man ein bisschen rausgesumt ist. Ich will nämlich gerne mal den kleinen Gesprächen lauschen. Ausgangslager voll. Warum aber? Hm. Vielleicht sollten wir ja mal wieder was bauen. So wird man natürlich auch Materialien losen. Das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Könnte man so machen. Vielleicht baue ich hier vorne noch ein paar Häuschen hin. Noch irgendwie ein Bauernhaus hinbekommen. Da habe ich halt direkt die Straße, die dort entlang führt. Aber die könnte ich glaube ich sogar abreißen, wenn ich es machen müsste. Wenn ich es bräuchte. Ich weiß nicht ganz, wie das da aussieht. Wir können hier auch sonst eins platzieren noch. Das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, hier drüben möchte ich so ein bisschen die Industrie stehen haben, denn da sind halt auch viele Bäume. Und Bäume sprechen ja, sage ich mal, eigentlich nur für die Holzindustrie. Da vorne der Hafen. Hier möchte ich eigentlich normalerweise auch keine Häuser hin platzieren. Das ist mir alles zu nah an der Hafenregion. Vielleicht bekommt man ja irgendwann nochmal so eine kleine Fischfabriken. Dann würde ich die nämlich gerne dorthin platzieren. Ja, und dann kommt hier halt so ein bisschen die Stadt hin. Das ist nicht sehr gut durchplanen von mir, aber hey, Hauptsache das Ganze steht am Ende und das Dorf geht nicht komplett unter. Das ist das Einzige, was mir daran wichtig ist. So, 95 von 100 halt. Heißt, 5 Leute müssen nur noch zuziehen. Dann sollte das Ganze eigentlich klappen. 5 Leute, ja, die passen noch in das Haus rein. Das hier ist ja auch ein sehr, sehr gefragtes Haus, weil es direkt am Marktplatz steht. Das Einzige, was schon wieder ein Mangel ist, ist Fisch. Sagen das die anderen auch? Ne, das ist nur... Das ist nur von denen ein Problem. Das heißt, da brauchen wir kein neues Bauen. Es liegt einfach nur daran, dass gerade der Händler wahrscheinlich nicht vorbeikommt. Warum auch immer, der ist irgendwie ein bisschen faul gerade. Hier hinten auch. Der ist die ganze Zeit am Rumstehen. Aber hier ist schon wieder einer am Fahren. Der kam auch gerade von... von der Bretterfabrik. Aber der fährt woanders hin. Warum? Fährt der außen rum? Ne, der geht neues Holz holen. Ach so, warte mal. Äh... Müsste ich eine zweite Straße bauen? Hm. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was da der Fall sein könnte, warum da immer noch volles Lager steht. Denn da sind ja nun mal zwei Straßen. Die eine geht raus, die eine geht rein. Beziehungsweise eine geht hinten raus, eine geht vorne rein. Also eigentlich sollte es da keine Komplikationen geben. Okay. Drei Bürger fehlen noch. Dann ist der nächste Erfolg hoffentlich freigeschaltet. Wie viele wohnen da jetzt drin? Vier. Aber die haben immer noch eine fehlende Ware. Das ist blöd. Das spricht nicht für sich, ne? Hm. Ich überlege gerade wirklich, ob wir noch ein zweites Fischergebäude bauen. Aber lohnt sich das wirklich? Ich meine, man kann ja auch nie genug Essen haben an sich, ne? Ich meine, wir können es. Machen ruhig. Laderampen. Ja, komm. Wir bauen noch ein Fischergebäude. Wir haben eh übermäßig Materialien gerade rumliegen und wenn wir die nicht verbrauchen, wäre das ja auch schade. Die Frage ist, bauen wir es auf die Seite oder auf die? Sieht cleaner aus hier, ne? Ich mach es hier hin. Das ist schön gerade nebeneinander. Gefällt mir schon ein bisschen besser. Ah ja, und natürlich müssen wir noch einen Weg von da aus dort hinbauen. Müssen wir das? Oder fahren die auch auf dem Grundstück selber lang? Das weiß ich halt gerade nicht. Wir machen hier einfach so einen schönen Steinweg. Der sieht eh viel schöner aus als dieser naja Feldweg. Ob wir da auch mal neue bekommen? Weil das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich würde ich würde es sehr es ist sehr wünschenswert, dass wir wenigstens so eine kleinen Huckelstraßen bekommen. Das war damals noch sehr begehrt. Heutzutage regt es einen auf. Oh. Tatsächlich. 100 Einwohner. Da haben wir es. Okay. Wir müssen das Marktführer entfernen, das Verlassene. Aber jetzt können sie mehrere Objekte gleichzeitig bewegen. Ziehen sie mit dem Bewegungstour ein Rechteck über den Objekten auf, die sie bewegen möchten. Objekte, die sie an eine ungültige Stelle bewegen, werden zerstört. Neuer Status. Dorf. Yay. Endlich ein Dorf. Ihr Volk benötigt neue Kleidung. Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Brauchen sie... Okay. Warte, was stand da jetzt? Was brauche ich dafür? Ornamente verfügen jetzt über ein eigenes Menü. Durchsuchen sie es, indem sie hier raufklicken. Äh, brauchen sie Wolle aus Schäfereien? Oh, das wird ja auch eine Schwierigkeit. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, das gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Genauso wie das Problem mit dem vollen Lager hier hinten. Vielleicht muss ich ja da doch noch ein weiteres hinbauen. Ich bin mir noch unsicher. Vielleicht steht dieses Lager auch einfach nur falsch herum und ich muss das Ganze vielleicht nochmal wenden. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an von Anno 1800. Habt noch einen wunderschönen historischen Tag, lass eine Bewertung da und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.